Philip Kitscher ist ein britischer Wissenschaftsphilosoph. Kitscher wuchs in Eastbourne, Sussex auf. Er studierte in Cambridge und wechselte später nach Princeton. Er lehrte dann am Wessar College, der University of Vermont, der University of Minnesota, der University of California, San Diego und der Columbia University. Zunächst befasste er sich mit der Philosophie der Mathematik, später der Biologie. Einen Schwerpunkt bildete zuletzt die Erforschung der Evolution von Altruismus und Moral und des Konfliktes zwischen Wissenschaft und Religion. Werk, Volting Ambition, Soziobiology and the Quest for Human Nature. The Advancement of Science. Science, Truth and Democracy. In Mendels Mirra, Finding Unending, Reflections on Wagners Ring. Living with Darwin, Evolution, Design and the Futuro of Fight. Joyce's Kaleidoscope, An Invitation to Finnegan's Wake. The Ethical Project. Science in a Democratic Society. Deity.